Ja, schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Königsbonner Bulldogs gegen die Hammer Eisbären. Endstand 5 zu 4 nach Penalti schießen. Zu meiner rechten Seite Gästetrainer Milan Wannex, zu meiner linken Seite Bulldogscheftrainer Frank Enkes. Beginnen wir wie immer mit einem Statement des Gästetrainers. Guten Abend, erst einmal ein Glückwunsch nach Una. Wir haben das siebte Mal schon aneinander getroffen. Das ist richtig Rekord. Und noch einmal muss zu uns. Wir haben das erste Mal mit drei kompletten Reihen eingetreten. War ein gutes Spiel, wo wir sagen, das war hin und her. Nach 4-2 habe ich gedacht, oh, jetzt kommt Una nochmal hin und verliehen wir. Da haben wir wieder ein bisschen Druck gemacht, haben wir glückliche Tore auch gemacht. Und nachher mit der Penalti. Das ist so ein Spielblock. Das war's. Danke sehr. Machen wir mit unserem Prima weiter. Ja, schönen guten Abend. Ja, ich denke, es war eigentlich ein Spiel, was ein bisschen teilweise rauf und runter geht. Trotzdem muss man auch sagen, wir sind jetzt glücklich über den Sieg heute. Trotzdem habe ich meiner Mannschaft auch gerade gesagt, wir haben einen Punkt verschenkt heute. Und die Chancen, die wir hatten, hätten wir das Spiel auch ohne große Probleme gewinnen müssen. Ich denke, die Schüsse waren doppelt. Die Chancen waren doppelt für uns heute. Ich denke, wir waren auch von Beginn an überlegen. Aber dann haben Kleinigkeiten diese Spiele wieder entschieden. Wir standen wieder 4-2 zu uns, genau wie beim letzten Mal. Und dann geht ein bisschen Zittern in der Verteidigung los. Und beide Tore waren eigentlich ganz einfach zu vermeiden gewesen. Man muss nur gegen Schläger spielen. Und dann ist gut. In Schlüsselposition habe ich dann auch gesehen. Wir haben dann die, haben wir die Schlafe bekommen, 5 Uhr Spieldauer. Und dann macht man einen Fehler, den man nicht machen darf. Dann hat der Andy einen kleinen Cut am Ellbogen. Und der lässt sich den nähen. Und der fehlt uns 5 Minuten in Überzahl. Wir haben nur 2 Cent. Das ist Haarstreuung so ein Fehler. Einmal gesagt, bitte schicke ihn wieder raus. Keine Kommunikation zwischen dem Mann auf der Bank und dem Mann in der Kabine. Weil die 5 Minuten braucht die in Überzahl. Wie gesagt, wir haben nur die 2 Cent heute gehabt. Und als er dann wieder genesen zurückkam, war das Drill vorbei. Die 5 Minuten Überzahlsituation war vorbei. Und er hatte dann 15 Minuten Zeit gehabt, durch den kleinen Cut in der Kabine zu nehmen. Und das sind Sachen, das weiß man vorher. Da arbeitet man eine ganze Woche für sowas und dann passiert sowas. Das sind Sachen, die gehen. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit der Mannschaft. Wir haben heute mit 7 Spielern, 7 Stürmern noch spielen können. Auch mal ging es gar nicht heute mit dem Knie. Er war dabei, hat sich zur Verfügung gestellt. Und wir konnten diese 3 Blöcke heute nicht geben. Wir sind mit 7 Stürmern noch gegangen. Wir haben auch gemerkt am Ende, wir sind immer müde geworden. Trotzdem waren genug Chancen da. Jetzt haben wir 3 Spiele gemacht. Den Aufschluss haben wir 2 Sieger eingefahren. Ja, besser kann es für uns eigentlich einlaufen. Dankeschön. Vielen Dank. Fragen von der Presse? Keine Fragen. Gut, dann bedanke ich mich und hoffe, Sie nächste Woche wieder zu sehen. Danke. Danke.